Hinein in die 25. Saison der deutschen Eishockey-Liga mit dem Rematch des Finals von 2018. Eisbären Berlin gegen den deutschen Meister EHC Red Bull München. Auch das Duell der Trainer Clément Chaudoin auf Seiten der Eisbären neu gegen Don Jackson, den Rekordtrainer der deutschen Eishockey-Liga. Hinein in die Partie. Die Eisbären in den blauen Trikots München in Weiß und Berlin startet richtig mit Dampf in diese Partie. Danny Fischbuch durch alle hindurch, aber nicht vorbei an Danny aus den Birken. Starke Geschwindigkeit von Fischbuch, gutes Durchsetzungsvermögen und dann etwas Pech. Danny aus den Birken, der gut zumacht. Die Anfangsminuten gingen an Berlin, aber der deutsche Meister lehnte sich keinesfalls zurück. Er kam und zwar mit dem 1 zu 0 durch Maxi Kastner in der 16. Spielminute. Über Kastner, dann Neuzugang aus der NHL. Matt Stajan mit der Vorbereitung und Kastner mit dem ersten Tor für den deutschen Meister in der neuen Saison. Etwas zu puckfokussiert alle Abwehrspieler bei Berlin. Und so das Team von Don Jackson nach 20 Minuten mit 1 zu 0 vorn. Hinein in den zweiten Spielabschnitt, München immer stärker werden. Yannick Seidenberg mit dem Schuss, der wird ein paar Mal abgefälscht und am langen Pfosten steht, wartet und versenkt Conny Abelshauser. Gut gesehen, aber dann kommt der Punkt mit viel Glück und vielen Umwegen zu Abelshauser, der in der 25. Minute mit dem 2 zu 0, da konnte man schon denken, München marschiert. Dann aber der Auftritt von Danny Richmond und dessen Pass zu Thomas Oppenheimer, der Berlin zum ersten Mal auf die Anzeigetafel brennt. Wunderbar in der Offensive, Verteidiger Richmond mit viel Übersicht und mit viel, viel Gefühl. Und plötzlich war Berlin da mit aggressivem Vorcheck. Backman, Shepard dazwischen und dann Florian Kettemer mit dem Ausgleich für Berlin. Zuletzt dreimal mit München deutscher Meister. Im Sommer wollte er eigentlich seine Karriere beenden. Ja, bis Berlin kam und er trifft direkt für seinen neuen Klub. 2 zu 2. Der Stand nach 40 sehr unterhaltsamen Minuten. Der Schlussabschnitt. Viele Strafminuten, viele Überzahl- und Unterzahlspiele. Dann eines von München, zweimal abgefälscht. Und Justin Schack in der 45. Minute mit der erneuten Führung für München. Die Top-Reihe, die neue Top-Reihe bei München. Mitchell auf Parks. Der fälscht ab. Und dann ein so platzierter Schuss von Justin Schack. Unhaltbar für Maximilian Franzrepp. Und dann erneut Konter München. Trevor Parks ist weg. Forsten, dann wird es unübersichtlich. Kastner jubelt. Tor verschoben. Was war los? Die Refs sagen, Videobeweis war der Punkt über der Torlinie. Und wann war das Tor verschoben? Das, das Delikt, das hier noch einmal angeschaut wurde. Am Ende stand die Entscheidung. Penalty für München. Und den nahm Conny Abelshauser. Und der versteckte den. Neben dem Schoner von Maximilian Franzrepp zum 4 zu 2. Was für ein Move. Die Entscheidung. Ja, Wahnsinn. Ich habe auch nicht gewusst, dass ich das kann. Aber das ist der einzigste Trick, den ich habe. Und nur kennt ihn keiner. Deswegen ist gut so. Tschüss in den Penalty. Deswegen hat es jetzt gut funktioniert. Ja, es ist natürlich bitter. Heute Spiel für uns verlaufen. Wir sind nach dem 2-0 gut zurückgekommen. Haben gut gespielt. Und haben dann kleine individuelle Fälle gemacht. Die heute einen Unterschied gemacht haben. Und München hat es der Eiskalt ausgenutzt. Am Ende. München also on fire. Gewinnt den Auftakt mit 4 zu 2 bei den Eisbären Berlin. Aber das Wichtigste. Die heilige Scheibe, die uns alle vereint, ist zurück. Die DEL ist wieder da.